Hallo, hallo, ich hoffe man hört mich und ich hoffe man hört mich besser als gestern. Eine Sache muss ich noch machen, schnell, nämlich eine Facebook Ankündigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schauen wir mal los. Meppen weiter. Ich würde gerne hier an dieser Stelle einen höheren Felsen machen. Im Grunde genauso hoch wie hier. Ja. Ah ne, Moment, das ist nicht die richtige Höhe. Hatten wir nicht doppelt den Doppelten? Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ach guck mal, hier haben wir zu wenig gemacht. Der hier ist richtig, aber hier der ist falsch. Ja, der ist zu klein an der Stelle. Ist richtig. Der muss so groß sein. Und der hier herunter. Da haben wir schon den ersten Mappingfehler behoben von gestern. Äh, ist das hier jetzt richtig? So viel runter und so viel runter und so viel runter und so viel runter. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Jo. Perfekt. Okay. Okay. Das heißt jetzt auch, wir können den hier nehmen, hier runter und den hier nehmen und hier runter setzen. Dass das dann hier eine relativ hohe Steigung hat. Moment. Was ist das denn hier? Das ist hier auch nicht richtig. Ne, Moment. Hier ist es richtig. Hier ist es richtig, weil das niedriger ist als das hier. Ja. Sehr gut. Das heißt auch, hier kann man nicht wirklich hier rüber. Ja. Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier nach gestern. So, das sieht doch schon gut aus. Und hier wollen wir dann wirklich. Ja, wie machen wir das? Ich mache erstmal hier die Stelle. Die ist einfacher. Hm. Ich teste mal kurz, ob man den... Jet auch nicht sieht. Ja, den sieht man. Perfekt. Die Verzögerung ist auch weniger als gestern, habe ich das Gefühl. Na, ist gut. Na, ist gut. Na, da-dum-dum-dum-dum-dum. Wir fangen hier mit an. Jetzt sollte hier einen kleinen Einschnitt machen. Das bleibt, glaube ich, auch so. So. Den hier als kleines Plateau machen. Und der soll natürlich auch kleiner werden. Drei. I. 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 Das sieht, glaube ich, ganz okay aus hier, an der Stelle. Ich würde, wie gesagt, gerne hier so ein kleines Plateau machen, wo man gleich hinkommt. Wie haben wir das hier oben gemacht? Hier oben geht es wirklich direkt über in das kleinere. Okay. Das heißt, hier können wir ganz einfach... Kleineren und zwei, ganz langen und zwei. Und dann kommt der. Aber jetzt machen wir hier an der Stelle so ein Zähn. Okay. Und dann... Ja, Moment, wir machen so ein Zähn. Overhero. Okay. Und dann das hier so abzuschließen. Und das ist ein kleineres Plateau wieder als das hier. Ich glaube, die Länge sieht gut aus. Eins, zwei, drei. Ich glaube, wir machen das noch eins kleiner. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wenn sich das ergibt, ob sich das ergibt, im Notfall einfach machen. Hier will ich aber gerne, dass hier Felswand ist. Gucken wir mal. Ja. Gucken wir mal. Um... Um... So, kurz was geklärt. Wenn wir hier die Felswand haben wollen, hier soll es eigentlich nicht... Ja doch, wenn es hier runter geht, dann haben wir hier ja die Wand. Dann könnten wir das etwas höher anlegen. Ich glaube, das geht auf. Und dann haben wir hier einen kleinen Vorsprung, wo man irgendwie mit einer Fähigkeit hinkommt. Ich glaube, das geht auf. Das möchte ich mal eben probieren, ob das aufgeht. Das wäre dann an der Stelle hier der. Und wir gehen hier runter. Gut. Wie gesagt, wir gehen zwei runter, ne? Sonst der wäre wieder hier. Wir könnten auch versuchen, hier einen kleinen Abweg zu machen, aber nicht jetzt zu viel wollen. Ich muss das erstmal hinkriegen, dass das überhaupt Sinn ergibt hier an der Stelle. Es soll eigentlich schon tiefer gehen. Also, wisst ihr, was ich meine? Wenn wir jetzt hier so einen Weg nach unten machen. Ich glaube, sogar so sieht das gar nicht schlecht aus. Als 2. Ja. Oh. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ähm. Ich mache das erstmal normal und dann gucken wir, ob wir hier das länger machen können. Also das hier geht irgendwie so runter und so hier machen wir noch ein bisschen was und hier kommt man sowieso rein. Das heißt, hier wäre wir haben gesagt, wir machen das zwei groß. Hier wäre im Grunde überall schon Schluss. Und das hier wäre ein großer Vorsprung. Das will ich aber nicht. Ich will, dass hier eine Felswand ist. Schritt für Schritt. Hier habe ich gerade eins weggemacht. Das heißt, hier den machen wir länger. Dass der quasi in den reingeht. Und da aufhört. Ja, ich glaube, das haut irgendwie hin. Hier, der darf ja auch nicht. Der geht da rein und da wieder raus. Und da wieder raus. Felswand hinbekommen. Ich kann natürlich hier einen ganz neuen Vorsprung machen und hier die Felswand lang gehen lassen. Aber dann komme ich auch nicht hier rüber. Ich mache erst mal die Stelle hier. Mein Gott. Die ist etwas leichter, weil ich hier schon weiß, was ich hier haben will. Ich kann den Eingang nicht zu eng machen hier. Jetzt wäre unser Weg nach oben. Und hier geht es wohl wieder. Yellow Camel. Hi. Grüß dich. Schön, dass du vorbei. Geschneit kommst. Ich freue mich wirklich über jeden Zuschauer, der mir hilft, hier am Ball zu bleiben. Was der eigentliche Sinn und Zweck ist. Weil ich kann mir, weiß Gott, ich weiß, dass es nicht gerade das Spannendste ist. So ein Mapping-Marathon, sag ich mal, für so eine große Map. Aber das muss halt gemacht werden. Ich meine, daraus besteht die ganze Entwicklung. Und die Maps und Skripten. Und das alles irgendwie dauert ein bisschen. Das ist nicht das Spannendste. Aber es muss gemacht werden und so durch den Stream und so ein gemütlicher kleiner Runde lässt man sich weniger ablenken und bleibt dabei. Und das ist der Zweck von diesem Stream. Wenn aber sonst so irgendwie Fragen sind oder keine Ahnung was, gerne schreiben. Und, ah, Yellow Camel, du kannst einmal sagen, ob der Ton so in Ordnung ist. Ob man, bin ich zu leise, bin ich zu laut, ist Rauschen da. Weil gestern hatten wir super Probleme damit. Passt. Geil. Das ist wunderbar. Gut. An der Stelle hier können wir ... Ja, hier gehen wir einen hoch. Die Stimme wird ziemlich leise. Okay, dann gucke ich mal, ob ich den ein bisschen aufdrehen kann. Ist es so vielleicht besser? Oder zu laut jetzt? Aber, äh, schön, dass du da bist, Kyodai. Hi again. Zu laut nicht. Und auch nicht zu leise. Und auch nicht zu leise. zu laut nicht ist gut zu leise wäre ein bisschen blöd und rauschen wäre noch schlimmer hatten wir gestern genug und hört man die musik überhaupt das weiß ich auch nicht genau ich habe so ein bisschen klipper musik angemacht dieses mal hört man music ja schön daus sagen ob die zu laut zu leise etc wenn irgendwelche probleme sind so dass das hier nicht angenehm ist sich anzuhören sofort bescheid sagen dann gucken wir das was die probleme lösen wie gesagt alles sehr neu für mich diese aufnahmetechniken der eingang gefällt mir eigentlich rein große felswand kleine felswand hier hier würde ich gerne noch mal raus gehen obwohl steht das da ein bisschen zu sehr im weg schauen wir mal ich habe auch diesmal das komplette fenster aufgenommen so dass man auch sehen kann wenn ich hier irgendwie ein eventfenster öffne hoffe ich ja genau und man hier einen grabstein sieht hier oder eher deutlich als erinnerung für den allerersten stream der müsste dann hier wieder rum gehen es wird zu tief hier das wird zu hoch hier soll ja noch ein kleines plateau hin das ist ja schon fast eine schlucht müssen wir später kleiner machen glaube ich das schneiden wir erstmal hier ab da kommt ein kleiner vorsprung hin den machen wir später dann schneiden wir den hier auch direkt an der stelle ab ne moment ich wollte wollte das alles machen so und so perfekt perfekt und dann gehen wir hier direkt rum wo haben wir da so und damit das zählt ich meine da sind wir ja noch flexibel hier das können wir ja noch ein bisschen verschieben dass uns das nicht zu sehr in die quere kommt trotzdem würde ich hier ein so gehen ein so eventuell hier noch ein hoch das war hier eine kleine das war ein super sound super musikstück dam 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 ne achso ich bin hier hoch so so ok ich weiß das geht alles ziemlich langsam voran hier aber das ist nur weil ich mir die ganze zeit gedanken mache über das räumliche logik und ob das auch mit manchen plätzen so hinhaut wie ich mir das vorstelle wie diesen vorsprung hier und eine kleine ausbuchtung hier aber ich glaube das ist in ordnung wenn wir hier dann noch einen kleinen vorsprung hin machen und hier ist das dann das ist dann weniger ein plateau als mehr eine schlucht vielleicht machen wir hier die großen säulen doch weg ja ne da machen wir hier so einen vorsprung drumherum aber ich will erstmal die grobe struktur fertig haben ja das geht jetzt wieder schnell an der ecke bergauf da muss man auch drauf achten was man so anstellt aber ein bisschen weniger wenn man da nicht diese länge hat nicht diese langen pfeiler sondern einfach nur die abgrenzung nach oben hin so hier nehmen wir noch das 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 ok hier kommt dann so hin und dann machen wir hier erstmal freie fläche äh mein schnitt auch wenn da dann gleich noch die wand hinkommen soll also hier will ich gleich noch so ungefähr einen vorsprung machen dass wir den hier etwas verkleinern und hier genauso und hier genauso so der soundtrack kommt ja bekannt vor es ist ne es sind auf jeden fall äh stücke aus dem riesigen pool der äh RPG Maker Musikstückchen aber alles von seiten nach dem großen nach der großen Aufruhr dass man keine äh Copyright Musikstücke mehr nehmen darf etc. und das sollten alles ohne Copyright sein Creative Comments oder ich weiß es nicht was also frei verfügbar und es kann also gut sein dass das in dem ein oder anderen Makerspiel vorkommt es sollte aber von keinen kommerziellen Spielen sein wenn doch wird dieser Stream hier direkt dicht gemacht dicht gemacht und ich weiß es nicht ne hier machen wir mal den komplett dicht ok zwei nach oben eine so alles ist ok und den können wir dann weg machen perfekt hier machen wir dann noch die Abgrenzung hier machen wir dann noch die Abgrenzung da müssen wir jetzt aber auch aufpassen dass wir die nicht zu groß sein müssen wir hier so hoch hoch es geht das machen wir jetzt ganz schmal mit der original höhe schmal es geht eigentlich damit wir da ein bisschen Spielraum haben für die Vorsprünge ja ja ist alles sehr sehr dunkel wir müssen auch noch zu machen glaube ich das geht ja nicht ah ne da müssen wir zu machen warte ähm oder wir machen hier mit einem kleineren Vorsprung zu ja doch macht Sinn so ist das irgendwie haben wir nicht mehr genug so viel Platz für unser Zelt was hier hin soll ach oder da kommt keins hin und wir machen da nur einen ah ich weiß da kommt kein Zelt hin da kommt so ein kleiner Empfang hin Vampire Storm 2 Vampire Storm 2 ah ok das ist bekannt ja dann hat er sich auch an dieser Quelle an Musikstücken bedient die frei verfügbar sind die man ruhigen Gewissens nutzen kann das war auch ne äh äh sache dass bei Macht weil bei Macht hatte ich viele Stücke die ich so nicht benutzen durfte und ähm die ich dann ersetzen musste also das sind alles Midi Musik aber wenn man irgendwas drin hat aus teilweise Spielen die man selber gar nicht gespielt hat äh und gar nicht weiß dass die aus kommerziellen Spielen sind und irgendwie äh ein Copyright drauf haben dass ich diese Stücke dann alle ersetzen musste ich weiß gar nicht mehr wie viele es waren oder es waren sehr viele also im hohen zweistelligen Bereich wenn nicht sogar über 100 das gefällt mir nicht hier die ganz dunkle Ecke da müssen wir ein ein Ding gerade machen mindestens aber dann haben wir hier wieder weniger Platz oder ich glaube ich mach diesen Vorsprung einfach kleiner dann haben wir da auch Platz um noch ein bisschen Variation reinzubringen machen wir den mal so groß wie den hier das sind das ist genau eine Reihe so ne die waren tatsächlich gratis ich kann auch die Seiten nochmal raussuchen wenn es die noch gibt von wo die sind die hatte mir GS&SDS oder GS&SDS aus dem Atelier damals zugeschickt und gesagt hey mit diesem ganzen Copyright War von Maker Musik gerade schau mal auf diese Seiten da gibt es Musik die du benutzen kannst gratis Musik warum ich das jetzt gerade hier wieder kleiner mache damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben um hier doch noch unser gewünschtes Zelt oder Empfang oder wie auch immer hinzubekommen und deswegen korrigiere ich gerade nochmal hier diese Ecke das haut hin mit dem diese Länge muss es haben ja das wäre dann die gleiche Länge wie hier oben dass wir das dann doch auf einer Ebene haben und dieser kleine Vorsprung ist dann halt größer und der darf auch so groß bleiben gut bin aber geneigt den großen hier so zu lassen dann müsste ich den aber abschließen ja so wobei es dann eigentlich ah ne also man könnte dann räumlich gesehen hier lang wenn der nicht auch bis hier an die Grenze der Wand gehen würde das sieht man ja nicht machen wir so und hier machen wir aber noch einen kleinen Knicks rein in der gleichen Länge na ok dann würde ich einen runter machen so dann würde ich einen gefällt mir das eigentlich und der hier kommt weg ich muss das hier alles etwas kürzer machen die richtige länge bekomme und ich wollte hier ja auch noch ein mindestens ein geraden reinsetzen so ist glaube ich okay wenn da einer drin ist so das ist diese länge und dann kann man hier vielleicht auch dicht machen müssten wir dann hier schon dicht machen hier könnte man ja im grunde dann ein von denen leihen dann hier anschließt und hier eine kleine begrenzung macht den haben wir so und den einen hoch und weil das dann nicht eine höhe ist ja eine kleine begrenzung ich glaube hier kommt gleich noch ein vorsprung hin dann haben wir hier etwas platz um ein zelt hinzusetzen und auch ne es gibt kein macht discord channel soll ich einen einrichten kann ich machen wenn interesse besteht vielleicht vielleicht wenn irgendwann mal das spiel fertig ist oder es in die endphase geht jetzt aktuell ich meine man kann über die demo von vor wann war die 2008 hast du letztens ne da war das letzte dann war die demo 2007 ich meine man kann sich darüber noch austauschen definitiv aber vielleicht macht es mehr sinn wenn wir dann endlich endlich irgendwann in ein paar jahren bei der vollversion angekommen sind das zelt ist ziemlich versteckt hier ich dachte eigentlich dass ich setze das auf ein plateau aber jetzt ist es irgendwie eine schlucht geworden soll man es aber so lassen direkt am eingang vielleicht kann dann hier irgendwer stehen am eingang und sagen hey jetzt willkommen in der zeltstadt willkommen in unserem dorf und der hatte hinten dann noch das zelt und hier sind dann die spielzelte oh dramatische musik ist ein bisschen laut glaube ich mache es etwas leider ja es ist jetzt anders wie ich als wie ich mir das vorgestellt habe es sollte ein plateau sein aber das habe ich irgendwie falsch gemerkt jetzt ist es halt in der schlucht drin das ändere ich jetzt nicht da halte ich mich nicht dran auf aber das heißt auch der teil hier ist fertig und wir haben nur noch diese kleine ecke hier und gucken ob ich das hier hinbekomme so wie ich mir das vorstelle irgendwie habe ich da einen knoten im gehirn hier schließen wir jetzt auf jeden fall so ab dass wir sind die ganzen events hier später verschieben wir hier einfach so weiter gehen und den hier wieder was verringern in der größe das kriegen wir hin ich mache das jetzt erstmal so wie hier oben und dann muss ich ab dieser stelle hier in der größe eventuell etwas in der höhe reduzieren den haben wir auf 2 gesetzt 1 2 das heißt hier müssen wir damit das stimmt 1 2 3 4 5 6 7 8 dazwischen das heißt das muss jetzt eigentlich 6 groß sein ne das das ist zu viel dann müssen wir das hier doch größer machen 1 2 2 ich setze das mal auf 4 4 4 4 4 4 und hier ist ja noch ein abschnitt abschnitt so den schließen wir mal schnell ab damit wir das erledigt haben das heißt der hier hat 1 2 3 4 dazwischen der hier hat 1 2 3 4 1 2 3 4 das heißt der hier muss jetzt auch die 4 haben und das scheint einigermaßen hinzukommen dass wir dann genug platz für unser zelt hier haben das ist perfekt ja das ist schön 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 und das geht dann auf die gleiche Höhe wie der hier 10 dann sind dann 10 und hier das sind insgesamt 11 dazwischen aber hier haben wir ja auch mehr von den Teilen hier ich glaube das ist einigermaßen okay vielleicht fehlt ein 1 hier an der Stelle dass man immer noch eins runter nehmen muss weil hier das dazu kommt aber das lassen wir jetzt erstmal so ich würde das nur gerne hier hochsetzen weil das sonst hier glaube ich nicht keinen Sinn ergibt das ist dann ein Event over Hero hier und wir klicken das hier hoch okay und das ist jetzt wirklich auf dem Plateau und das hier ist nicht auf dem Plateau und das hier ist nicht auf dem Plateau ach vielleicht ändere ich das ach man das ich will mich eigentlich nicht damit aufhalten äh dass das hier so ein verstecktes Zelt ist und abgeschnitten von der westlichen Zeltstadt naja egal wir sind fast fertig also ziehen wir es jetzt durch ähm das hier wiederum wird dann reduziert auf 2 2 kann das sein hier hätten wir dann 1 2 danach kann man ja mal auf der Web rumgelaufen werden ja das probieren wir gleich aus ich meine es sind jetzt noch die ganzen Events im Weg hier ich fürchte wenn wir jetzt ein Testplay machen dass dann irgendwelche Events ausgelöst werden boah das ist vielleicht etwas laut ja genau äh und dann werden wir natürlich auch noch an die an die andere Map gebeamt weil ja noch ein altes Event ist was die Position ändert vom Helden das müssen wir alles anpassen ich hatte sogar schon Büsche verteilt auf der anderen Map die zerschlagen werden können alles gemacht aber mega unzufrieden gewesen ok aber wir sind noch nicht bei den Events wir sind noch bei der groben Struktur und in der Schlussphase davon das heißt wenn wir hier das Größe 2 machen beziehungsweise das hier abschneiden ah ich bekomme gerade Ideen das ist nicht gut hehehe weil die einen aufhalten und man verliert den Fokus ok wir machen wir machen es so wir machen es erstmal so hm hier haben wir 1 2 3 4 5 6 dazwischen 1 2 3 4 5 6 7 8 auf jeden Fall zu wenig ich ich glaube es gibt auch eine einfache Zellmethode und ich bin einfach nur zu dumm dafür und hier sind wir auf Höhe 2 hier sind wir dann auf Höhe 4 das heißt das heißt das muss dann schon runter gehen hier haben wir eigentlich komplett freien Spielraum wie hoch das ist weil diese Höhe ist müsste ja nur durch diesen Block hier ausgeglichen werden oh ist das verwirrend ähm hier macht das Sinn jetzt gerade so wie es ist ich meine hier die Ecke ist noch nicht fertig aber oder setze ich da auch zu viele Gedanken rein ich meine als Spieler äh ich wandere hier lang und da fällt einem ja nicht auf ob der Felsen einen Teil zu wenig hat oder nicht ich glaube ich setze da zu viel Thought rein so viel Gedanken Power wenn ich den hier so abschließen würde dann hätte ich hier auf jeden Fall meine Felswand das ist das ist der hier ist riesengroß der muss diese Ebene supporten und diese Ebene müsste dann der gleichen Höhe sein der gleichen Höhe sein wie der hier aber wenn wir ja hier einen weiteren Felsen haben dann kann das ja so lang sein wie es will und dann können wir das auch auf die volle Länge machen und dann hätte ich meine Felswand ich will das mal eben ausprobieren ich will das mal eben ausprobieren das hier kommt mal alles weg das kommt jetzt mal alles außer diese Umrandung hier die möchte ich gerne halten und dann nachher ein schönes Secret sehen soll weil sonst kommt das hier alles weg ne und wenn ich den jetzt wirklich so groß mache zumindest größer dann oder oder dann du dann 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 mache oh das ist der neue die neue hauptmenü musik von macht die ich ersetzt habe wobei ich die vielleicht noch mal ändere weil der anfang klingt recht das liebend erst ab jetzt fahrt auf am anfang klingt es etwas zu sehr nach dem standard rtp lied deswegen ändere ich das vielleicht noch mal aber der ist es aktuell ok guck mal wenn ich jetzt hier den vorsprung doch noch nach hier oben bringe dann hätte der entsprechend support dann 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 Und dass diese Höhe hier aufaddiert, ist egal, weil hier habe ich eh einen Abschluss. Das kann also hier wieder ausgeglichen sein. Was nicht egal ist, hier haben wir die komplette Höhe von 11 in der Mitte und die ist auf dem gleichen Level dann wie der Teil. Dann haben wir die komplette Höhe von 11 in der Mitte, das heißt, der darf hier nicht zusätzlich was geben. Und dann kommt hier 11 plus noch was, das heißt, der hier ist allgemein höher. Ist es egal? Ich frage jetzt ganz ehrlich. Der ist auf Höhe 11. Das hier ist alles auf Höhe 11. Top, top. Top. Was gerade nicht gehört. Der. Achso. Ähm. Ich rechne nur gerade über die Höhenunterschiede zwischen den Plateaus nach und ob das hier so richtig ist in der Höhe oder zu hoch. Ich kriege da nämlich so langsam einen Knoten ins Gehirn. Weil das hier ist auf der Höhe von 11 und dann müsste das hier, weil das alles 1 ist, auch auf der Höhe von 11 sein. Und das wäre es aber nicht, wenn ich hier noch ein Plateau habe. Und die Frage ist, ob es egal ist, weil man eh nicht drauf achtet. Ja, da denken, achten nicht viele drauf. Und mit sowas halte ich mich dann auf. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich meinen Vorsprung hinbekomme. Hier an der Stelle kommt Höhe drauf. Progress. Hi Peter, Siegert. Ja, genau. Wir probieren dieses neue Format aus. Wo ich mal konzentriert am Ball bleibe. Mit Zuschauern ist das einfacher. Sonst, wenn man das alleine macht, lässt man sich zu leicht ablenken. Aber ich muss mal eben den Pulli ausziehen. Es wird etwas warm. So, und Fenster habe ich auch mal ein bisschen aufgemacht. Du wartest auf ein neues Machtlog. Ja, äh, ich auch. Nein, die Sache ist, die, äh, kostet natürlich immer Zeit. Und je älter man wird, desto weniger Zeit hat man, gefühlt. Und es wird ein neues Machtlog kommen, definitiv, wenn die nächsten Fortschritte da sind. In den letzten Monaten sah es sehr schlecht aus mit der Zeit. Da gab es einige große Ereignisse, weswegen ich das Projekt etwas pausieren musste. Ich glaube, ein Jahr ist das alte Machtlog jetzt schon her, wenn nicht sogar länger. Vielleicht sogar eineinhalb Jahre. Aber wie ich geschrieben habe, geht es jetzt echt zurück ans Werk. Und dieses Streaming-Format hilft mir einfach, mich auf das Make-On zu konzentrieren. Auch wenn die Konzentration gerade, was diese Höhenunterschiede hier in der Felsformation angeht, etwas nachlassen. Die haben wir auch gestern schon nachgelassen. Aber da hatte ich schon diese gesamte linke Seite hier oben und alles drumherum fertig gehabt. Jetzt starten wir schon mit Knoten im Gehirn. Das ist nicht gut. Ich bin froh, wenn wir den Abschnitt hier fertig haben. Moment, ich schaue mal eben, wie es hier oben ist. Also hier oben habe ich diese Höhe, da weiß ich ja, dass das hier Höhe 11 ist. Und das geht dann so runter. Und immer wenn ich runtergehe und einen neuen Abstand mache, muss ich die Höhe ausgleichen. Das ist super, das freut mich echt zu hören, weil es auch schon so lange Zeit ist. Und ich betone es immer wieder, die Geduld von euch da draußen ist Wahnsinn. Denn ich meine, es ist ein Hobbyprojekt und vielleicht ein etwas zu Ambitioniertes an anderen Spielen. Auch an so, ich meine, ich vergleiche mich jetzt nicht mit großen AAA-Titlen, aber auch an kleinen Projekten. Das braucht Jahre. Und wenn man ganz alleine, oder fast ganz alleine ist, sind durch haben wir ein paar Leute geholfen. Vor allem mit Maps. Die hätten das hier wahrscheinlich auch besser hinbekommen, den Felsen. Aber das braucht einfach ewig Zeit. Und so, das ist mir ein Herzensprojekt. Und das braucht dann nochmal Zeit, dass ich das dann nicht einfach so hinklatsche. Und eure Geduld dabei ist Wahnsinn. Ich meine, gut, ihr könnt dann sagen, 15 Jahre auf das Spiel gewartet, jetzt kann ich es spielen. Aber ihr müsst dafür nichts tun. Aber ihr könntet ja auch sagen, das dauert jetzt schon so lange, ich verfolge das Projekt jetzt nicht mehr über den ich fertig. Was ich verstehen könnte. Aber ihr tut es nicht. Ihr wartet geduldig und sagt jedes Mal, lasst ihr Zeit. Wir haben Geduld. Und das ist toll. Dazu passt jetzt diese Musik. Etwas sentimental. Der geht zwölf hoch. Zwei plus dem hier. Das macht hier ja doch dann auch schon wenig Sinn. Obwohl, nee, der kommt da, da drauf. Jetzt sagen wir mal den hier. Der kommt jetzt hier rein. Ich mache das jetzt grob. Weil es so, so wie ich das irgendwie glaube, dass das richtig ist mit der Höhe. Wenn wir hier noch zwei abziehen. Den noch dran setzen. Ne, hier haben wir ihn schon dran gesetzt. Ach komm. Wenn wir jetzt hier, so, diese Höhe will ich haben für den. Das heißt. Einmal hier runter. Und hier sind wir dann schon am Limit. Und dann kommt da der Teil noch dran. Es wurden so viele Makerspiele nicht mehr fortgeführt. Felslabor, genau. Nein, Velsabor. Das habe ich aber auch noch gespielt. Das war sehr gut. Aber der Lachsen hat sich dann der fast schon professionellen, nein, das heißt fast schon, das klingt falsch, der professionelleren Spielentwicklung gewidmet und einen Steam-Title rausgebracht. Und Cross-Code. Auch noch in dem alten Charme der Grafik, der Qualität hat sich verzwanzigfacht. Hi, Dave. Auch in dem Grafikstil von den schönen alten RPG-Maker-Spielen. Also dem ist er treu geblieben. Und hat dann aber ja mit Cross-Code sich auf einen Titel konzentriert, wo er etwas weniger an das sehr klobige Mechanismus der RPG-Maker gebunden ist. Und ich weiß nicht, ob er es in Unity gemacht hat oder sowas. Aber er hat sich dann diesem Titel gewidmet, wo die Entwicklung sicherlich auch etwas leichter war und schneller voranging und eine größere Plattform hat, sage ich mal so. Flame of Rebellion habe ich leider nicht gespielt. Taras Adventure war ja auch von Lachsen. Auf irgendeinen Titel hatte ich noch gewartet, der abgebrochen wurde. Ich komme gerade nicht drauf. So. Das müsste dann ja hier wieder reingehen. Ach, diese Höhlenunterschiede, die machen mich gerade fertig. Ich weiß, kein Spieler achtet darauf. Okay, pass auf. Bis zu dieser Stelle hier. Dieses Plateau hier hat genau diese Höhe. Das sind die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus Ende und Anfang. Von Menschen und anderen Dämonen. Genau das meinte ich auch. Ja. Von Daraus Mandrak. Mit dem ich auch ein bisschen Kontakt hatte auf ICQ damals. Und wir öfter geschrieben haben. Er hat dann ja Jael rausgebracht. Dieses Turn-Based. Wie nennt man das Genre noch gleich? Turn-Based-Strategie fast schon. Wo es aber eine Vollversion gab. Und das fand ich super. RTS ist es nicht. Turn-Based-Strategie. TBS, oder? Nennt man das Genre. Turn-Based-Strategie. Und von Menschen und anderen Dämonen hat er pausiert. Er hat da noch so ein Megaprojekt gemacht. Nebenher. Wie hieß denn das noch? Irgendwas online. Egal. Ich muss mich hier auf meine Höhen konzentrieren. Das hier hat... Von daher gibt es eine Vollversion. Also es hieß Version 1.0. Ich bin in einem Level hängen geblieben und musste es dann ruhen lassen. Aber ich meine, das war eine komplette... Oder hieß das Version 1.0, weil es die erste war. Aber noch nicht fertig war. Und die Vollversion hätte irgendwie... Ich meine, das wäre eine Vollversion gewesen. Aber ich kann mich auch hören, weil ich es nicht durchgespielt habe. Weil ich in einem Level hängen geblieben bin und nicht weiter kam. Eine volle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 2. Sam's Adventure. Das sagt mir was. Ich kann mich auch gucken, ob ich das... Sam's Adventure... Hm, nee. Habe ich nicht auf der Platte. klingelt aber irgendwie es gab so viele aber schöne Zeit ja Hochzeit 2000er und zu Tage sind sie alle auf Steam und machen die Unity Entwicklung und Game Maker Toolkit und was gibt es da nicht noch alles und die ganzen neuen Maker aber eine kleine feine Gemeinde gibt es auch noch für den 2000er 6 kommen wir rein 7, 8 und wenn das dieses Plateau 8 hat und ich dann hier an der Stelle auf 1, 2, 3, 4 runtergehe und hier auch 4 habe dann müsste ich hier wieder auf den Boden kommen aha das heißt hier will ich aber noch nicht am Boden sein das heißt hier diese Stelle können wir ruhig 2 weniger machen das ist aber gerade sehr dramatische Musik das ist schon mal ich kann mich drüber auf das es ist schon mal das ist nur mal das ist ja 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 Das soll so bleiben, hätte dann also hier einen Overhero, der hier reingeht. Das zählt hier auch noch, dann super gut Platz. So, aufgepasst. Hellgates, ich habe Teil 1 geliebt, das war in einem No Word Contest. 2 habe ich auch gespielt, aber nicht durch. Aber ich erinnere mich, dass es auch sehr gut war, von der Spielmechanik her. Wie schon der erste Teil. Das Kampfsystem war so super, also im ersten Teil, im zweiten weiß ich gerade nicht mehr. Wie das da aussah. So, wir waren eben gerade hier auf der Spur. Das ist auf jeden Fall einer zu wenig, das sehe ich jetzt schon. Weil hier haben wir so und 2 runter. Ja. Den hier und 2 runter, perfekt. Der hier geht sowieso dahinter. Verlorene Makerspiele, Drachenauge, Prophecius, Sartos, Ganzen, Blancostons. Schaue ich wirklich mal kurz einen Moment. Auch wenn ich gerade auf der Spur des Höhenunterschieds bin. Ja, hier an der Stelle sieht es jetzt besser aus. Und mit dem rechten Teil bin ich irgendwie unzufrieden, weil das das Zelt in der Schlucht ist. Ich wollte das eigentlich auf einem Plateau haben, vielleicht ändere ich das noch. Hier mit der Höhe bin ich mir noch unsicher. Aber ich hätte gerne, dass hier eine etwas längere Felswand ist und hier ein kleines Plateau, wo man dann von rechts oder von oben geheimmäßig drauf kann und eventuell sogar bis hier und auf die Rennstrecke gucken kann, wo dann irgendwie man hier so ein paar Viecher vorbeiflitzen sieht. Deswegen muss ich hier diese Höhe hinbekommen, dass hier genug Felswand ist. Aber es trotzdem Sinn macht, dass diese Plateaus alle auf einer Ebene sind. Aber der Teil ist jetzt auf jeden Fall richtig. Und der hätte dann die Größe 2. Das weiß ich jetzt schon, weil hier dann 2 plus 4 plus 2 ist dann dasselbe wie hier diese Höhe auf 8. Und diese Höhe kriegt dann hier nochmal 2 drauf und hat deswegen hier die 12. Aber das kriegen wir hin. Ich schaue eben für... Ja, hier wollte ich auf jeden Fall noch so ein Plateau machen. So oder... Und oder so. Aber das mache ich später. Ich mache erstmal hier den Teil fertig, sodass es grob fertig ist und dann die kleinen Plateaus noch mit dazu. Wo sind wir denn hier? Ähm... Let's stop. Makerspiele. Das Drachenauge. Das Drachenauge. Das Drachenauge habe ich nicht. Prophecy of Stratos. Die Liste ist auch sehr klein. Ich habe bei weitem nicht alle. Prophecy of Stratos habe ich auch nicht. Ich habe hier... Ähm... Nein... Geheimnisse des blauen Kristalls... Habe ich leider auch nicht. Sorry. Ich habe hier Joel Version 1.0. Ich habe ähm... Sternenkind-Saga habe ich natürlich. Saimaru. Das würde ich auch nochmal immer zu Ende spielen. Das ist schon mein... Maker-Kumpel von damals, Darkrai. 2.0. Ich weiß wohl, dass er am Ende das Zimmlicht des Projektrechts durchgerusht hat. Das hat er mal irgendwo gesagt. Das... Und dass das dann am Ende... Äh... Dass man das wohl etwas merkt. Hellgates 1 und 2 habe ich hier. Eternal Legends habe ich geliebt. Äh... 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 Der gelbe Adler. Das war auch nicht schlecht. Das ist Type... Schoko Panic... Äh... Ja... Mit... Und Allreise... Ja... Ich habe relativ wenig Spiele, sehe ich gerade. Für Menschen und anderen Dämonen. Und die 3, die du genannt hast, die habe ich leider alle nicht. Okay. Das hier ist jetzt richtig. Das hier sind 6, 7, 8... 2... Hier und deswegen 2 plus diese 2. Das heißt, das muss nochmal 2 haben. Und dann wäre ich am Boden. Und dann wäre ich am Boden. Und dann wäre das... Hat... Hat er so viele gemacht. Äh... Äh... Was ist denn das bekannteste von ihm? Mensch... Lang ist der... Also meinst du ein spezielles? Ich habe gerade nur Eterna ist mir ins Auge gefallen. Prinzessin und Zauberer habe ich nicht gespielt. Ich habe glaube ich 2 oder 3 Kelvin Titel gespielt. Vielleicht habe ich das doch gespielt, Prinzessin und Zauberer. Aber ich weiß nicht. Äh... 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 So. Hier müssten wir auf jeden Fall eine kleine Erhöhung reinbringen. In dem Sinne, dass wir das irgendwie... Ähm... So machen... Wenn wir die Wiese Wand hier höher machen... Haben wollen. Ich probiere das jetzt aus. Ich probiere das... Ich mach das jetzt einfach mal. Weil hier das bleibt ja dann auf... Dieser Länge. Dann doch. Ich kann das auch ab hier machen. Jetzt... Äh... Ich war doch gerade so gut im Lauf. Hier sind wir auf jeden Fall wieder, wenn wir hier 2 hin machen auf dem Boden. Ungefähr 2. Ich zähle immer die Endstücke nicht mit, obwohl ich die eigentlich mitzählen müsste. Dann machen wir hier wieder auf den Boden. Dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann ist das die gleiche Ebene wie 1, 3, 4, 5, 7, 8. Plus Anfang und Ende. Ich mach das jetzt so, dass ich hier... Ich... 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 Ich halte mich schon viel zu lange damit auf. Ähm... Dass wir das hier reinlaufen lassen. Und dass wir den wieder größer machen. Und der hier einen kleinen Abschnitt hat. Und man hier im Grunde das von dem Plateau runter kommt. Äh... Das müsste dann aber hier vor passieren. Und das können wir machen. Das geht dann zwar hier noch mehr in diese Schlucht rein. Aber da können wir uns später drum kümmern. Ich mach den hier grad nochmal weg. Den wollte ich eh anders machen. Ich weiß, ich... Verzettel mich gerade ein bisschen. Aber ich glaube, ich bin der Lösung auf der Spur. Für diese ganzen... Felsen hier. Äh... Und den machen wir irgendwie so. Hier erstmal... Schließen wir so ab. Okay. Ich mach da vielleicht einen hin. So... Weil der ist für sich. Und dann können wir hier eher so runter kommen. Da könnten wir noch rein. Vielleicht nehmen wir den hier sogar noch so mit. Dass wir das erst ab hier machen. so... So. Okay. Okay. So. 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 Und das alles nur, damit ich da einen kleinen Secret-Vorsprung hier an der Stelle habe. Okay, und den hier lassen wir hier reinlaufen, indem wir da noch einen hoch machen. So. Und so. Das ist ja jetzt quasi schon ein Vorsprung von da, aber egal. Da. Da. Da, so. Das ganze Event sind mir noch im Weg. Naja. Ich glaube beim Drachen Canyon damals, bei dem Design der Drachen Canyon Karte, habe ich die Endstücke immer mitgezählt, was ich gerade nicht mehr mache. Aber okay. Da machen wir jetzt mal Abstriche. Okay. 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 Und dann ist der Part nämlich total unabhängig von Rest. Rest. Ja. Ja. Okay. Okay. Da haben wir hier so einen schönen kleinen Vorsprung, wo wir auch von hier aufkommen. Da kann da ein kleiner Schatz liegen. Dark Age 2 und Holy Trinity, die sagen mir tatsächlich beide nix. Die Mutter aller Trash-RPG-Maker, die alte Macht, womit ich auch öfter mal verwechselt werde. Oder damals, also ist jetzt schon was her. Aber ich glaube, es gab mal einen Geburtstags-Thread im Forum, wo dann hieß, ja, Irresolute Warrior, der Macher von Macht, hat Geburtstag herzlichen Glückwunsch. Und alle drunter geschrieben haben, oh, du bist für alte Macht verantwortlich. Ach so, ja, ach, alte Macht, ja. Nein, nicht alte Macht, Macht. Rückblickend auch nicht der beste Titel. Also, äh, ich will hier den Weg da lang gehen, weil er so schlicht ist. Und wenn man danach googelt, äh, dann findet man es so schlecht. Muss man aber Macht-RPG dazusetzen oder Macht-RPG-Maker oder sowas. Ich habe mal irgendwo gelesen, der beste Spieletitel sind drei Wörter, die dann abgekürzt wieder irgendeine Abkürzung ergeben. Damit das den Leuten in Erinnerung bleibt. Jetzt haben wir hier schon mal fast ein bisschen viel Weg, Eingangsweg, bis man hier unten ist. Und der ist auch etwas eng. Dann schneiden wir den mal hier ein bisschen ab. Das einzige Projekt, was du seit Ewigzeiten verfolgst, das ehrt mich sehr. Äh, ich weiß. Äh, das ist, danke. Sieht das aus, wenn wir das so machen? Das sieht, glaube ich, blöd aus, ne? Naja, das sieht blöd aus. So, als würde irgendwas fehlen. Das finde ich eigentlich ganz okay hier. Ja, komm, dann noch mal. Vielleicht schneiden wir hier so ein bisschen ab. Guck mal, wir nehmen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ah, ne, dann haben wir hier den Vorsprung nicht mehr. Es sei denn natürlich, wir nutzen das hier und machen einfach, wir nutzen hier den Vorsprung. Schneiden also im Grunde ab hier die Map ab. Ach, dann lassen wir all die Events löschen. Wenn wir jetzt einfach so machen. Ne, Moment. Dann ist der, bis man am Eingang ist, ein bisschen kürzer. Und dann haben wir uns ganz die Mühe mit der unten den Wegen ganz umsonst gemacht. Ne, ne, Moment. Das wird jetzt fertig gemacht hier. Jetzt noch einmal hoch. Den setzen wir hier runter. Dann ist das hier im Grunde der Eingang. Und das können wir so auch doppelt. Dann kommt von hier unten rein. wandert hier hoch und ist dann ja auch relativ schnell hier in der zeltstadt ich denke gerade nur vom spielerischen aspekt her dass man eventuell zu lange gehen muss bis man an den entsprechenden gebieten ist dass das hier etwas leer aussieht allerdings könnten wir hier auch noch ein zelt hinsetzen von der vielleicht auch nicht wenn wir hier das weg machen aber dann ist es schon fast zu früh da i'm over thinking this wir lassen so ich soll den teleport weiter in die karte rein und dann wenn man rausgehen will ja dann wäre das allerdings die einzige karte in macht die das hätte ich glaube ein bisschen schneide ich ab ein bisschen schneide ich ab ich setz 1 2 3 4 5 6 7 abschneiden jetzt mal eben alle events die jetzt hier drüber liegen setze ich mal eben hoch das zelt hier kann ich eigentlich löschen weil das kann ich dann später eh kopieren so sender delina sind auch am start auf dieser karte spoiler alarm das hier ist das event das kann ich schon mal auf husky setzen damit wir hier können wenn wir auf der karte rumlaufen nicht direkt weg teleportiert werden gut die büsche müssen wir eh neu setzen die schatztruhe die auf der alten karte war die kommt wieder weg schön ne dann schneide ich jetzt 1 2 3 4 5 6 ab gucken was das speicher lieber mal gucken dass wir das an der richtigen hier machen 154 moment stand da 160 oder 170 160 154 und abgeschnitten ist glaube ich richtig so ja das ist schön dann geht man spart man sich den weg von 10 teils wow ich denke an den spieler man hat nicht dass er hier ewig laufen muss nur um in die zeltstadt zu kommen um ein paar würfel und kartenspiele zu spielen ja manchmal etwas zu versorglich sonst wäre ich schon fertig glaube ich aber was cool ist ich habe hier diese fahnen gemappt und die passen hier genau hin aber das macht gerade gute Laune dieses Lied aber wir starten das immer jetzt ich hoffe es ist nicht zu laut einmal Ohren zu halten dann passe ich den Ton an so so das sind diese Fahnenfähnchen hier ah die müssen wir mache ich glaube ich noch einen länger damit man hier auch die Felsspalte sieht und wenn man genau hinguckt sieht man das ist noch die jetzt die Events von der alten Karte sieht man dass da überall Konfetti und Luftschlangen von oben herab regnen naja das müssen wir natürlich noch alles umplatzieren diese ganzen Events ach aber ich glaube wir sind fast mit der Felsstruktur fertig fast äh denn das will ich einen länger machen hier habe ich gesagt denn 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 so glaube ich will ich das ähm hier unten dieser kleine Part der macht noch keinen Sinn ähm und hier das Zelt wollte ich wirklich eigentlich auf dem Plateau haben und das mache ich auch noch und wisst ihr nämlich wie? ich mache hier einfach den Abschluss weil dieses Teil diese von der Höhenstruktur her was das Hauptproblem auf dieser Karte ist äh die geht ja hier aus dem Bildschirmrand raus das heißt wir wissen gar nicht wie die sich an die anderen Felsformationen hier anschließt sie ist für sich und deshalb können wir das hier alles rückgängig machen so 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 und dieses Zelt dann etwas höher setzen hier oben hin so zum Beispiel ist natürlich nur Zeltplatzhalter das ist hoffentlich allen klar das sind nicht so sehen nicht die Zelte aus so haben sie gerade gesehen wie sie aussehen mhm und ja jetzt machen wir einfach dieses kleine Plateau ich würde es noch etwas weiter hier unten ansetzen deswegen machen wir das hier auch nochmal weg obwohl ne wir schränken direkt von hier wieder um jetzt haben wir nämlich auch noch an keiner Stelle das ist so ein Felsformation die eigentlich auch immer recht witzig aussieht wenn das direkt von hier wieder nach unten geht und den lassen wir jetzt etwas nach unten laufen jetzt mal wirklich und einmal fest obwohl vielleicht fast schon zu versteckt ne sieht irgendwie so gequetscht aus und wenn wir jetzt hier das so machen ja es wird wieder fast zu zu versteckt ne pass auf anders soll ein bisschen offener sein komm mal zurück komm mal zurück komm mal zurück und so ja und von hier unten dann wo haben wir 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 hier haben wir den hier wollte ich genau aber es muss noch einen länger ne und einen weiter hier rüber ne und der geht dann hier rein mit einer Ordenstelle so so dum 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 okay einen höher noch hier muss da auch ein gerader hin hier muss da auch ein gerader hin ja das ist okay das ist okay das sieht hier noch ein bisschen gerade aus auch wenn es dann der weg nach oben wäre und dann dieses zelt auf einem plateau liegt hmmm das machen wir wett indem wir hier hier noch eine zusätzliche rüber einfügen ne 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 moment hm hm so macht es sinn so ist es ok so ist es okay Aber das sieht hier so gerade aus. Gut, wir könnten dann noch irgendwie mit Palme arbeiten, die hier irgendwie im Weg steht. Dann sieht es nicht ganz so extrem gerade aus. Aber irgendwie will ich das noch mit den Felsen hinkriegen. Wir sind übrigens bei sechs Zuschauern. Ich bin begeistert. Ich kann mir gut vorstellen, dass nicht alle im Chat schreiben wollen oder können. Aber jeder, der gerade da ist, hallo. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Und mich motiviert. Das ist der Hauptsinn und Zweck dieses Screens. Das sieht irgendwie doof aus. Oder kann ich da irgendwie eine kleine Abstufung reinmachen? Wie lange sind wir eigentlich schon drauf? So viel zum Nicht-Ablenken-Lassen. Ah, fast zwei Stunden. Ach, Tobi, ach, Tobi. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Stunde geschätzt. Eine Strickleiter. Ja, ist richtig. Machen wir. Wir machen da eine Strickleiter hin. Das gefällt mir. Dann müssen wir hier, brauchen wir auf jeden Fall ein gerades Ding. Nee. Und hier gehen wir einmal rauf. Wir hätten dann hier irgendwie, die müsste ich jetzt in den Events suchen, im Chipset haben wir keins. Eine Strickleiter, die uns hier hochführt. Machen wir das so. Schön. Okay. Das heißt, der Abschnitt, dieses kleine Plateau ist jetzt doch auch fertig. Hier die Ecke ist noch nicht ganz richtig. Hier kommt auch noch ein kleines Plateau, glaube ich, hin. Das gönnen wir uns. Also es geht dann irgendwie hier so rum. Machen wir das hier zwei kürzer. Oh, das ist auch irgendwie ein schönes Midi. Village Musik heißt es. Könnte aber auch so eine melancholische Szene sein. Geht vielleicht ein bisschen stark hier rein. Obwohl, geht. Geht. 1, 2, 3, 4 in der Mitte. 1, 2. Das heißt, wir machen das auch. 1, 2. Wir sind fast fertig. Wir sind fast fertig mit der groben Felsformation. Das ist immer die meiste Arbeit. Romantische Kanalfahrt. Ja, so unterschiedlich können dann die Wahrnehmungen sein. Aber ja, jetzt wo du es sagst, kann ich mir auch gut vorstellen. So Goldsaucer-Date-mäßig. Ich habe gerade überlegt, wenn wir jetzt den Weg hier hoch machen, dann ist diese gerade Stelle etwas reduziert. Okay. Also im Grunde ist es ja falsch. Es sind 1, 2, 3, Dim. 1, 2, 3, Dim. Und hier sind 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eigentlich müsste man den hier einen kürzer machen. Da ich das jetzt hier ja auch geändert habe, habe ich nicht. Ach, wir lassen es so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4 von diesem Teil. Nee, doch. Nee, das sieht besser aus, glaube ich, wenn wir das hier einen kürzer machen. Das ist der Feinschliff. Der Feinschliff hier. Aber das macht höhentechnisch etwas mehr Sinn. Ja. Eieieiei, okay. Die Stelle und die Stelle. Dann sind wir durch. Die Stelle, wenn wir ganz faul sind, machen wir einfach nur so. Nee, das dürfen wir nicht. Sondern wir müssen, weil der hier ist da drüber. Der hier ist auf dem Boden. Also, wenn wir ganz faul sind, machen wir das hier einfach weg. Das will ich aber nicht. Wir müssten. Das wäre da drüber. Das heißt, wir machen das so. Wenn wir das komplett hier drüber machen, dann sind wir ja gar nicht mehr auf dem Boden. Das wäre zur Not auch nicht schlimm. Das ist auch ein super Anfang. Ah, nee, Moment. Ich wollte die Lautstärke etwas höher machen. Ja, stellt euch vor, ihr kommt in und startet das Spiel und dann kommt so eine Dorfmusik. So. Denkt man doch erstmal, das Spiel ist kaputt. Es geht dann in diesen asiatischen Ton über. Aber wenn man denkt erstmal, ey, mein Spiel ist kaputt. Und dann geht's ab. Okay, mach esas alguma, mein Spiel ist kaputt. Hm, dann geht's mir zu. Okay. Und dann geht's dir nichts mehr. Wir müssen hierARA jetzt, was wir sehen. Also kommt's mal.. eine Lasse dense Sch reaction. Das wird die Wahrheit ajudungen sein. Mein Gott, das Midi geht ab. Okay, hier haben wir dann so, weil hier dieser Canyon beginnt, so eine kleine Schlucht nach unten. Wir haben gar nicht drüber nachgedacht. Machen wir jetzt zu hier. Dann ist das mein kleiner Vorsprung. Ich habe mir den ganz anders vorgestellt. Aber jetzt ist die Map auch fertig. Was ich wohl noch machen will, ist dann... Wir sind gleich... Achso, der kleine Vorsprung, von dem ich die ganze Zeit rede. Da soll einfach ein Secret liegen. Eigentlich sollte der auch viel versteckter sein. Also, dass man hier reinkommt und hier so eine riesige... Ich zeige gerade mit den Händen, sehr clever von mir. Dass hier so eine große Felswand ist und hier irgendwo so ein Vorsprung, wo man dann mit entweder Eidechse von oben oder Katze von rechts hin balanciert und da ein kleiner Schatz liegt. Jetzt ist der Schatz halt hier. Und man kommt irgendwie hier runter mit Eidechse oder springt hier runter per Grashüpfer. Also beim Mappen habe ich auch immer diese Fähigkeiten im Kopf, um geheime Plätze zu designen, wo man dann mit den Fähigkeiten hin kommt. Okay, der Abschnitt ist fertig. Das ist die allerletzte Ecke, die wir jetzt hier haben, vom groben Verlauf her. Und wie hatten wir die hier oben gemacht? Also einfach abgeschnitten quasi. Kann man dann ja hier auch so machen. So, dann, ne? Hier kommt die Strickleiter hin. Ich glaube, so ist gut genug. Es war etwas eng der Durchgang hier, aber mein Gott, man kommt ja durch. Ich glaube, wir sind fertig. Jungs und Mädels. Also, ich bin nicht komplett fertig, aber die grobe Felswand. Die grobe Felswand. Wir machen da jetzt noch mehr Vorsprünge hier links und rechts rein. Ähm, ähnlich wie beim Drachencanyon. Sieht auch auf den ersten Blick sehr wild aus, aber hier ist auch auf all diese Höhenunterschiede etc. pp. geachtet. Ich weiß gar nicht, da war ich wohl in besserer Form, was das Mappen angeht. Das, hier haut es glaube ich auch alles so hin, dass das alles hin ergibt. Mein Gott. Tuck dir das an, ey. Ich bin gerade ein bisschen von mir selbst zu verrascht, dass ich das hinbekommen habe. Ich weiß aber nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe für diese Mapps. Und die sind natürlich auch etwas kleiner und auch aufgesplittet. Jetzt, äh, bei dem, bei der Map hier, die ist eine riesige Map. Was ich einfach daraus ergeben habe, normalerweise die Dungeons mache ich so Mapweise. Aber das hier ist ja kein Dungeon. Die Stadt mache ich immer als eine große Stadt. Und die Häuser dann, wo man reingehen kann. In dem Fall die Zelte als einzelne Maps dazwischen. Wenn man die Stadt, die ist ja eigentlich weitläufig noch aufteilt, dann wird es ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Den Dungeon, den kann man so schön aufteilen in Gebiete. Aber die Stadt ist ja die Stadt. Deswegen ist das hier eine Map und deswegen ist das alles etwas mehr Frickelei. Okay. Was wollen wir jetzt machen? Wollen wir kleine Vorsprünge einbauen? Oder haben wir erstmal genug von Felsenspalterei, sodass wir uns jetzt... Den Texturen können wir uns noch nicht widmen, weil dafür brauchen wir diese Einteilung mit den Felsen. Wir können höchstens die Zelte mal setzen. Ich verschiebe mal die Zelte an ihre richtige Position. Auch spannend, wa? Richtig spannende Arbeit. Setz mal die Zelte. Machen wir das. Und dann können wir da drüber laufen, schon über die Map. Ja, bisschen abwechslungsreich für mich. Das ist nett. Zelt Nummer Uno. So. Und das ist das eben. Wenn du jetzt bei Unity oder in irgendeinem anderen Game Engine wärst. Äh, dieses Duplizieren und Verschieben von Elementen und Grafiken. Das wäre alles, alles, alles... Sehr, sehr, sehr viel einfacher. Ähm... RPG Maker 2000. Kann man mit Shift mehrere E... Gleichzeitig... Wenn das jetzt stimmt, ne? Mit Shift? Also ich kann hier nix... Nicht irgendwie mehr... Markieren, glaub ich. STRG, SHIFT, ALT. Ne, geht alles nicht. Fürchte ich. Einzelnen anklicken kann auch ein... Ne... 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 Steuerung oder so... Ich glaub, das war ein späterer Maker. Oh... Oh, ich muss mal strecken. Ist jetzt hier etwas... Eingekleppt. Ah... Oh... Jejejei... Ich hab auch gar nichts zu trinken hier. Ne... Aber das geht meistens dann doch schneller, als man denkt mit den Events. Man denkt jetzt... Oh, scheiße, ich muss 100... Entschuldigung, wer ausdrückt. Äh... Oh, Mist, ich muss 100 Events jetzt auf... Äh... Wenn man dann anfängt und sieht... Oh, ich brauch zwei Sekunden pro Event. Dann ist man schon in wenigen Minuten fertig. Man sieht auch den Chat und alles im Stream, oder? Ich hab da ein bisschen gebastelt in meinem Streaming-Programm. Wahrscheinlich auch mit der Verzögerung... Die heute weniger ist... Als gestern, hab ich im Gefühl. Ich weiß nicht, ob's daran liegt... Chat ist im Stream, cool. Äh... Ob's daran liegt, dass man... Dass ich irgendwie den Bildschirm jetzt aufnehme, anstatt ein Fenster. Das ist zwei Sekunden nur. Krass. Gestern war die... Ich weiß nicht, ob Kyoda noch da ist, aber gestern war die, glaub ich... 30, 20, 30 Sekunden oder so, die Verzögerung. Auf jeden Fall lang. So... Zelt, zelt... Scheiße, wo ist das jetzt? Ist das jetzt, Zelt Event? Ich glaube, ja. Ja. Ja, ich meine aber, die wäre sehr, sehr lang gewesen. Hm... Aber es ist jetzt schön, dass es nur zwei Sekunden sind. Heute klappt alles besser. Es ist... Toll. Der Ton... Vielen Dank an Matthias, der mir das Mikro geliehen hat. Gestern direkt. Ich habe auch noch ein Mikro gefunden, das hat aber den falschen Anschluss. Und jetzt hat er mir sein Aufnahmemikro geliehen. Dass ich mir selber auch noch eins zulegen kann. Ich bräuchte dann auch noch so einen Tischständer. Ich habe das hier gerade auf einem Ständer stehendes Mikro neben dem Schreibtisch. Ich muss mich hier mal ein bisschen... Verrenken. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch die Rückenschmerzen. Um reinzusprechen. Das muss hier weg. Und noch irgendwas hat super funktioniert. Äh... Das war der Stream. Das war dieses... Splitten durch den... So die Verzögerung. Bildschirmaufnahme. Mikroton. Die Musik. Ah, es... Das klappt. Jedenfalls alles besser heute. So... So... Vielleicht sind wir schon fertig mit den Zelten. Wobei vielleicht setzen wir noch irgendwo eins hin. Ich weiß gar nicht... So drei brauche ich mindestens... Sollen da so verschiedene Mini-Spiele in den Zelten angeboten werden. Würfelspiele, Kartenspiele... Teilweise schon fertig sind. Mh... Da oben ist noch eins. Nehmen wir das hier mal... Ah... Das reicht nicht ganz. Manche Zelte... Steht dann vielleicht auch irgendwer vor und sagt... Hier darfst du nicht rein. Oder verschlossen. Der lausige Trick... Bei... Rollenspielen. Um eine große Stadt zu machen. Wo man aber nur in zwei Häuser rein kann. Mit verschlossenes Zelt, ja. Kommst jetzt aber direkt hier rein. Du hörst die Zelt statt lieben. Zwischendurch habe ich mir gedacht... Ähm... Mein Gott... Weil das war letztes Jahr. Da habe ich diese ganzen Mini-Spiele gemacht. Und mir überlegt... Es sollte so verschiedenartige Mini-Spiele geben. Würfelspiele, Kartenspiele... Ähm... Münzspiele. Und so nach diesen Themen sortiert. Und mir verschiedene Spiele überlegt. Und noch ausgerechnet, ob diese Spiele fair sind. Oder ob die Bank gewinnt. Oder äh... Keine Ahnung was. Ähm... Und dann auch zwischendurch gedacht... Mein Gott, ich mach das... Ich mach mir zu viel Mühe mit diesen Mini-Spielen. Die wahrscheinlich dann... Äh... Einer... So... Zwei Spieler dahin gehen. In so ein Kartenzelt. Und dann... Ja, wir haben ja das neue Kartenspiel. Das funktioniert so. Ganz leichte Regeln. Dann spielt man das einmal und sagt... Ja, ist ganz nett. Aber gut. Mach ich mal mit der Hauptstory weiter. Und dafür hab ich dann... Eine Woche in die... Spielmechanik irgendeines... Neuen Kartenspiels gesteckt. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Du hast mich mit der Frauenungkleide aufgelenkt. wir hatten gestern auch schon die Diskussion ob das jetzt, wann ein Spoiler ist also dass diese Zeltstadt existiert dass da diese Rennen stattfinden dass da viele Minispiele sind ist das schon alles Spoiler oder ist das dann so ein Teaser worauf man sich freuen kann oder sagt man, hey, ich wollte das noch gar nicht wissen ich meine, wenn das so ist kann man ja immer noch sagen nee, das gucke ich mir nicht an neue Gebiete, wie die gemappt werden dann sehe ich ja schon, wie die aussehen da sind wir wieder, glaube ich und zur Begrüßung die neue Dorfmusik danke, OBS hat irgendwie da und kaum bin ich so zwei Sekunden offline im Stream und die Zuschauer von sechs auf drei gesunken aber jetzt sind sie wieder auf sechs hallo alle sechs ich weiß gar nicht, ob ich einer dieser Zuschauer bin und es nur fünf sind gut die Zelte hatten wir ja platziert ich weiß auch gar nicht, ob es ein Limit gibt was die Streamingzeit angeht oder ob das jetzt einfach nur kurz die Verbindung war gestern haben wir, glaube ich, drei Stunden aufgenommen und das war alles ohne Probleme und ich habe dem Kyoto ja gestern schon gesagt es ist mir erst im Nachhinein aufgefallen Final Fantasy 7 ich meine, das ist auch Goldsauce die Glücksspielstadt und die ist auch in einem Wüstengebiet und das ist mir aufgefallen Moment Final Fantasy 7 kommt man in so ein Wüstengebiet auch wenn Goldsauce über diesem Wüstengebiet schwebt oder halt gebaut wurde weil es ist schon eine harte Parallele die mir erst im Nachhinein bewusst wurde dass das meinem Unterbewusstsein da war, wo er gedacht hat Oh, Wüste Oh, Glücksspielstadt Oh, Wettrennen Gut, im echten Leben ist Las Vegas auch in der Wüste Ist wohl in den Köpfen der Menschen drin dass in der Wüste eine Glücksspielstadt ist Okay Die Zelte sind gesetzt Es sind 1, 2, 3, 4 Vielleicht muss hier noch eins hin oder hier machen wir irgendwie was eine andere Attraktion Da soll auch eigentlich nicht mehr sein Die Sequenz war auch schon also auf der alten Karte gibt es die ja auch Ich hatte das glaube ich gestern mal kurz gezeigt ich weiß nicht, wer da alles da war aber in dieser alten Zeltstadt hier wusste ich noch nicht genau, wie ich das Rennen mache und da gibt es auch hier diese Rennstrecke in Anführungsstrichen und dann hier oben das Siegerpodest und da ist schon alles animiert hier mit Konfetti und Luftschlangen und man hat dann gewonnen oder ist zweiter, dritter, vierter ist schon alles fertig gewesen aber mir hat diese Map überhaupt nicht gefallen und das hat den Star Wars Anspielung Achso, lass mich erstmal den Satz Das hat den Entwicklungsprozess massiv gestört dass ich nicht zufrieden war mit der Map Keine Star Wars Anspielung Ne, ne, ist keine Star Wars Anspielung Ich meine gut, man kann überall Parallelen finden wenn man möchte Ich meine, es ist ein Wettrennen in einem Canyon und auch bei Star Wars ist das Podrennen in der Wüste in einem Canyon Ja, okay Aber es ist alles jetzt nicht irgendwie absichtlich oder mit bösem Willen geklaut Einfach nur Parallelen, die sich manchmal einfach so ergeben Bestimmt gibt es auch Rennen in, weiß ich nicht nicht in der Wüste sondern im Dschungel oder auf einer Wiese keine Ahnung Dann würde man sagen Oh, das Brennen auf der Wiese ist aber aus dem Film Spiel was auch immer geklaut Hi Cheep Cheep Ähm 14, als ich ein Projekt entdeckt habe jetzt nicht 20 und im dritten Semester Ja, danke Du wirst es mal zocken, wenn es rauskommt dauert nur noch ein paar Jährchen Ich gebe mir Mühe Also die Streams helfen auf jeden Fall bei der Entwicklung Ähm Um dran zu bleiben Weil wenn ich jetzt hier alleine sitzen würde und meckern würde Äh dann würde ich mich schnell ablenken lassen wie das halt so mal ist Ich meine, wenn du im dritten Semester bist studierst du dann kennst du das glaube ich sehr gut wenn du irgendwie an der Hausarbeit sitzt oder so keine Ahnung und man sich eigentlich konzentrieren müsste und dann mal schnell abgelenkt wird und genau so ist es auch bei ähm Makern Und durch so einen Stream bleibt man ein bisschen konzentrierter bei der Sache und dran Ähm Okay Apropos bei der Sache bleiben Die Zelte sind gesetzt Texturen, wie wir das hier sehen können wir eigentlich ersetzen wenn die kleinen Felsen fertig sind Bevor wir das machen ich zeige mal so ein kleines äh ganz kleines Minispiel schon mal aus dem Ah warte ist das kann ich das einfach so versetzen ich glaube schon äh den setzen wir jetzt einfach mal hier hin den Kollegen Also es ist wirklich es ist kein Minispiel ähm aber eine kleine was verteilt werden wird auch in der in der Zeltstadt äh ich muss glaube ich den Ton etwas leiser drehen von und ich mach mal den den Ton hier aus die Musik hier aus äh ja das ist nämlich ein Glücksrad das Glücksrad drehen ähm na gut ich hab ich hab noch Geld äh da kann man schauen was es für Preise gibt hier gibt's Geld zu gewinnen bei anderen gibt's Sachpreise zu gewinnen und man kann es dann drehen oh oh grün yay wir haben 50 Minas bekommen und wir haben nur 50 bezahlt also haben wir 5 gewonnen wow und dann kann man da dranbleiben und nochmal drehen also es gibt wie gesagt auch Sachpreise also das hier ist jetzt äh mit Geldpreisen vielleicht werden die auch noch erhöht auf das äh 10fache oder so weil man da schon sowieso so viel Geld hat dass sich das überhaupt nicht lohnt für einen ist das Rad fair das Rad ist fair und und wenn man betrügt dann wird das auch bis zu einem gewissen Maß erkannt sprich wenn hier ist ja ein Speicherpunkt irgendwo dann in der Nähe recht wenig Gewinn im Fall ja auf jeden Fall ähm aber es ist ähm also mal zu einem Viertel bekommt man mehr als das Doppelte zurück und zu einem so es sind ja 6 Felder 6 Felder wo man gewinnt und 6 Felder wo man verliert beziehungsweise bei dem 33 Milas verliert man nur ein bisschen und bei der Niete ähm noch weniger äh also verliert man alles ich glaube am Ende kommt dieses Rad ich habe irgendwo die Statistik aufgeschrieben auf plus minus 0 aus wenn man aber Glück hat natürlich ein bisschen mehr es gibt auch andere Räder wo es nur ein goldenes Feld gibt wo man dann äh testet ob man hier schummelt erzähl mir ja äh ja ich erzähle das mit dem schummelt mal zu Ende also ähm es wird getestet wie man betrügen kann hier ist natürlich man speichert man dreht das Rad man verliert man lädt dann man spielt man gewinnt die 111 oder vielleicht wären es dann irgendwie auch 1000 Milas oder so das wäre aber ein bisschen viel und dann äh speichert man wieder und dann lädt man und kann so die ganze Zeit Geld machen wenn aber erkannt wird dass du äh von der Wahrscheinlichkeit abweichst an diesem Rad dass du halt 100% das goldene Feld triffst zu 100% weil du immer dazwischen speicherst und lädst dann gibt der Typ dir irgendwann eine Warnung und sagt hör mal du hast so viel Glück das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen und wenn das so weiter geht dann sperren wir dich für dieses Spiel und wenn du weiter betrügst und weiter speichern lädst und speichern lädst und immer nur äh den Gewinn mit einstreichst dann sagt er nee du darfst jetzt kein Glücksrad mehr spielen du hast irgendwie zu viel Glück also der testet ob auf lange Sicht hin die Wahrscheinlichkeiten stimmen dass zu 25% das graue Feld zu 25% das blaue das 25% das grüne und zu 25% das goldene Feld kommt äh weil man erkennt es ja hier oben dass das die Verteilung auf diesem Glücksrad ist es sind zwölf Felder und ne viermal doch vier dreimal vier Felder und wenn die Wahrscheinlichkeit nicht aufgeht dann wird gesagt äh Warnung Nummer 1 und wenn die Wahrscheinlichkeit weiter nicht aufgeht wird gesagt äh du betrügst hör auf zu spielen du darfst nicht mehr spielen auch so eine Mechanik die einzubauen äh ich hätte es auch sein lassen können ne dann hätten die Leute oder die Spieler eben betrogen an den Glücksrädern ist mir ja egal äh ja das ist eigentlich gemeint von mir ich meine wenn einer das machen will speichern, laden, speichern, laden dann soll er es halt tun aber nicht in meiner Zeltstadt sagen hier die Leute und es gibt und es gibt wie gesagt auch äh andere Räder es gibt ich glaube drei verschiedene Räder hier haben wir noch eins das hat eine Verteilung von einem goldenen Feld und fünfmal eins, zwei, drei, vier, fünf sechsmal die Niete sogar und zweimal grün und dreimal blau und wo ist das dritte Glücksrad ich habe es nicht gelöscht ah hier oben oh ja das ist da gibt es nur ein goldenes Feld und der Rest ist die Niete da gibt es ähm dicke, fette Preise zu gewinnen aber man zahlt auch glaube ich ordentlich um daran zu drehen und da ist es dann halt noch ähm extremer wenn man das ausnutzt im Spiel ich meine hier ist es ja egal ob du dir ein paar Milas zusätzlich in die Tasche verdienst durch speichern, laden, speichern, laden aber hier kriegst du richtig fette Sachpreise äh bessere Waffen Rüstungen etc und wenn man hier dann einfach betrügt und die ganze Zeit speichern lädt und immer nur speichert und weitermacht wenn man den Preis gewonnen hat wenn man denn die Zeit dafür hat dann ist das blöd und deswegen habe ich diese Mechanik eingebaut dass das getestet wird dass du wirklich nur im Durchschnitt ein Zwölftel deiner Spiele an diesem Rad hier gewinnst wenn du denn lange genug spielst dass die Mechanik trifft erst ein wenn du auch wirklich lange genug gespielt hast weil sonst es kann ja tatsächlich sein dass du dreimal hintereinander das goldene Feld hier triffst Wahrscheinlichkeit dafür ist gering aber es kann sein und wenn du dann man dann direkt kommt ey du betrügst du darfst ja nicht mehr spielen sagt der Spieler ey was habe ich denn gemacht toll deswegen musst du natürlich erst entsprechend viele Male gespielt haben damit die Wahrscheinlichkeit auch aussagekräftig ist und du gesperrt werden darfst so viel zur Schummelmechanik die im Hintergrund bei diesen Glücksrädern stattfindet aber das zu Pixeln war hat Spaß gemacht warte ich schaue mal kurz was soll ich das hier finde das ist äh das Spiele ne achso kann ich ja hier gucken wie das ist Banner 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 300 hier haben wir es auf dem Schirm haben wir es hier auf dem Schirm doch ich glaube die Verzögerung ist gerade wieder jetzt größer als zwei Sekunden seit der Unterbrechung naja egal ähm weil jedes jede Position von jedem Rad ist ein hier sieht man es am besten ist ein Charakter Set und das dreht sich dann tatsächlich im Kreis in dem ein Counter hochgezählt wird hier sind alle zwölf deswegen sind auch zwölf Felder weil man in einem Charakter Set zwölf Felder hat und das auch schön aufgeht von der Pixelgenauigkeit her in an einem Rad dass das noch einigermaßen logisch aussieht und der geübte Machtspieler sieht auch dass hier die Symbolik ein weißer Stern in der Mitte von dem Glücksrad ist und man da den weißen Stern im Grunde auch noch dreht ja das war eine kleine Pixelei all diese Glücksräder zu und alle Positionen dieser Glücksräder zu machen und hier das ist die Nadel die sich dann äh tack 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 an diesem Glücksrad dreht was man auch glaube ich kaum sieht ähm wir können ja nochmal gucken und nochmal drehen also hier sieht man die Nadel und das Glücksrad ja man kann es auch als Schraube sehen das stimmt ähm und wir drehen die Nadel bewegt sich tatsächlich und wackelt so ein bisschen und dass das schneller und langsamer wird ja wir haben das gelbe Feld getroffen 111 Milas haben wir unseren Einsatz verdoppelt vielleicht was ist das hier äh auch Einsatz sieht man die Nadel im Fullscreen ähm ich kann mal Fullscreen machen Fullscreen ist ein bisschen broken glaube ich im Windows 10 oder wie auch immer oder so ein bisschen weich gezeichnet alles aber doch man sieht sie eigentlich man kennt sie ganz gut ich habe so lange nicht mehr im Fullscreen Modus gespielt bei euch ist es komplett kaputt okay ja wow da sind wir wieder ähm sieht man jetzt gar nichts mehr man sieht auch warte man sieht den Chat noch man sieht ah doch jetzt sieht man wieder den mega ja ja okay man sieht wohl den Fullscreen nicht wenn ich spiele schade können wir nicht im Fullscreen spielen aber da zum testen also das hier sieht man ne ja das das sieht man vielleicht klappt irgendwie die Bildschirmaufnahme nicht naja ja das sieht man okay so viel zu den Glücksrädern ähm auf dem 55 Zoll Pferde man sieht die Nadel im Minibild nicht ein tolles Glücksrad ähm man sieht sie nicht also ich sehe sie wenn ich sie hier am Laptop spiele ähm sowohl im Kleinen als auch im Vollbild Bildschirm ähm ist vielleicht was anderes im Stream okay ähm ich könnte jetzt noch mehr Minispiele zeigen aber ein paar sollen ja auch noch eine Überraschung bleiben ähm der nächste Schritt ist tatsächlich noch überall hier kleine Vorsprünge reinzubringen in diese Felsenstruktur ähm ich würde sagen wir fangen ein bisschen damit an weil das wirklich der letzte Schritt ist bevor wir die Map fertigstellen können was Texturen und Objekte angeht wir machen das aber heute nicht fertig wir sind schon zweieinhalb Stunden dran ich würde mal sagen noch so ein ja so ein knappes halbes Stündchen machen wir das noch damit wir so langsam die Map fertigstellen können und das sollte jetzt auch schneller gehen weil ich jetzt nicht mehr ganz so sehr über diese Höhendinger nachdenken muss wie vorher ich fange auch hier in der Schlucht selber mal an was zum Beispiel einfach ist äh was zum Beispiel einfach ist ähm ist die Sicht hier von unten oder der Verlauf hier von unten von den Felsen wenn man hier einfach was dran setzen kann um dem ein zweites Layer zu geben das da ist man relativ schnell mit weil man das einfach nur jetzt mal so so ja dran setzen muss und schon hat man hier einen zusätzlichen kleinen Vorsprung und an der Stelle muss man halt hier ein bisschen weg machen und da ein bisschen weg machen und dann ist es hat man den Vorsprung da auch kriegen wir also hin wir machen erstmal ein paar oben also von der Richtung von oben so zum Beispiel und das und das sieht direkt schon wieder schöner aus finde ich immer äh so ein bisschen Struktur nicht Struktur sondern ein bisschen Variation reinzubringen können sogar hier noch einen hinmachen hier macht es sogar mal ganz mutig und machen noch sowas hier hin ja gibt dem ganzen halt etwas mehr Tiefe der Karte fühlt sich dann voller kompletter an und mehr nach Kenien und wilder Felslandschaft wenn da so sofort Sprünge drin sind ich will hier den Durchgang aber nicht allzu eng machen aber ich glaube so können wir reingehen hier so und der soll nicht ganz hoch sein aber ich glaube den so einen hoch machen ich sitze hier glaube ich das ist besser wenn ich den Stuhl etwas nach unten machen klack klack da können wir sogar noch so einen kleinen machen das machen wir gleich jetzt machen wir hier noch einen hin habe ich auch gestern schon die ganze Zeit überlegt ich glaube gar nicht dass man hier in den linken Teil der Karte überhaupt reinkommt also eigentlich soll man sich nur hier in der Felsstadt bewegen und all das hier soll gar nicht betretbar sein gut aber vielleicht ändere ich ja meine Meinung was das angeht und dann ist das gut wenn wir das auch zumindest die grobe Struktur gelegt haben hier fällt euch nicht ganz so weit rein hier vielleicht auch nochmal so jetzt sind wir schon auf der Ebene das heißt wir machen hier auch noch einen kleinen Schritt so bevor wir dann hier abschließen das große Gebäude im Norden ja das darf man wissen das ist das Siegerpodest wenn man ein Rennen vollendet hat dann steht man hier wenn man erster geworden ist mit seinem Renntier hier wenn man zweiter geworden ist hier wenn man dritter geworden ist und hier wenn man vierter geworden ist ist ein bisschen konstruiert dieses Podest aber soll so ein bisschen Bronze, Silber und Gold darstellen könnte man vielleicht noch verbessern indem man da wirklich eigenhändisch Teils für entwickelt und dann so eine bronzene, silberne und goldene Plattform hat jetzt habe ich einfach das genommen was das Chipset hergegeben hat das machen wir so und hier per Event und hier müssen wir dann noch einen so machen und dann können wir hier noch das so machen schön Erdestein und Marmor gute Abstufung ja dachte ich mir auch und repräsentiert auch so ein bisschen Bronze, Silber, Gold ganz grob in den Farben hier machen wir auch noch einen Vorsprung ohne glaube ich hier ranzugehen oder gehen wir hier ran ja doch wir gehen mal naja ne ja doch wir machen mal einen kleinen hin dann können wir ja tatsächlich so machen dass der hier auf der Höhe ist und hier rein geht einen höher würde ich denn gerne noch setzen weil wir hier auch noch den Abschluss haben so und den dann auch vielleicht direkt unmittelbar wieder schließen den Vorsprung so und hier dann auch noch einen kleinen ran machen wo ist jetzt hier ist außerdem noch gar nicht das das hier so ruhig Mensch so mit dreien oder so sieht aber fast ein bisschen gerade aus das sieht aber zu abgestuft aus wenn wir den noch ein hochbringen du warst so unzufrieden Moment vielleicht könnte man über den Canyon springen und dort eine Kiste verstecken an einer engeren Stelle oder sonst und versteckten Vorsprung ja ich glaube das mache ich auch dass man hier irgendwie an einer Stelle das hier ein Seil ist oder so eine Fahne wo man mit der Katzenfähigkeit rüberbalancieren kann und dann hier zumindest in einen Teilbereich der linken Seite des Canyons kommt wo eine Schatztuhe versteckt ist das ist ein bisschen tack 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 vier Stück mal hintereinander aber es passt schon hier ist ein bisschen abgerundet hier an der Stelle aber ist okay so langsam gehen uns die so langsam gehen uns die die von unten kommenden Felsvorsprünge aus den hier können wir ruhig etwas weiter rein machen weil hier ja quasi das Ende des Rennens ist das Rennen wird übrigens glaube ich nicht auf dieser Karte stattfinden das soll hier nur so ein bisschen angedeutet sein aber ich glaube da mache ich noch eine eigene Map was irgendwie dieses Canyon Rennen darstellt hatte ich ja auch schon mal gezeigt wie das aussieht so grob vielleicht wird das aber auch noch angepasst und ein bisschen mehr in Richtung Canyon verlegt das Rennen so wie es bisher war und in den Loks immer zu sehen war da hatten wir ja eine freie Wüstenfläche einfach immer nur so hier können wir ein bisschen Spaß haben wenn wir auch noch einmal hier nach oben gehen und dann wieder nach unten gehen ja das sind die Leute auf dem Podest das sind die anderen Rennteilnehmer Mr. Red, Mr. Green und Mr. Blue keine Ahnung wie sie heißen aber die sind einfach nur Renngegner recht anonym ich habe drüber nachgedacht ob man irgendwie so eine Storyline einfügt wo man gegen Charaktere Rennen macht und die dann bestimmte Charaktereigenschaften haben und man außerhalb des Rennfelds noch mit denen interagiert und so habe ich das mal zurückgestellt alles sehr schwierig ich weiß, es hört sich interessanter an dann ist es dann vielleicht vom Spielerischen her lustiger aber es ist dann auch wieder mehr Arbeit und an der Stelle soll es vielleicht einfach nur ein Mini-Rennspiel sein mit anonymen Gegnern So und noch einmal so hoch und hier gehen wir auch wieder so ja und den können wir ja ruhig was größer machen Nein Shit Ich bin Nein Ich bin Gott Man merkt, ich bin konzentriert am Felsvorsprungen basteln. Er ist ein bisschen zu hergerade. Verkürzen wir den einfach um einen oder wir lassen den da auslaufen. So, ist auch hübsch. Machen wir hier noch einen, dann sind wir derzeit fertig. Zehn Minuten lang genuschelt. Wir kommen damit klar, dass du dich konzentrierst. Habe ich irgendwas gesagt, während ich genuschelt habe, oder was? Vor mich hingesiniert. Wenn ich konzentriert bin, tut mir leid, wenn ich zwischendurch mal stillere Phasen habe. Ich habe aber immer ein Auge auf den Chat. Wenn er dann mal sagt, hey, aufwachen, oder hey, ich habe gerade mal eine Frage. Kannst du mal sagen, wie, warum, was? Dann sehe ich das. Gut. Ah. Die Seite ist fertig, zumindest mit einigen Einschnitten im Fels, was die Höhe hier links angeht, was die obere Seite angeht. Das machen wir jetzt auch noch auf der rechten Seite. Ich meine, ich gehe ja auch davon aus, dass ihr nebenbei auch vielleicht irgendwas anderes noch macht und wir hier einfach gemütlich in kleiner Runde zusammensitzen. dann sprich, dass ich euch jetzt hier nicht von vorne bis hinten entertainen muss. Könnte ich auch gar nicht. Dann würde ich ja nicht makern. so, drei, zwei, eins, eins, Fibonacci rückwärts. Und hier können wir mal so einen Knicks machen. Große Herausforderung ist auch immer, das möglichst natürlich aussehen zu lassen, wie einen wilden Canyon, ohne zu viel Gerade, aber auch ohne zu viel Regelmäßigkeit. Und das on the fly, die ganze Zeit hinzubekommen. Das gelingt auch nicht immer. Manche Teile hier sind auch zu gerade, hier zum Beispiel oder da. Auch hier, das ist schon fast zu gerade, aber im Großen und Ganzen ist das ein wilder Canyon. Und hier machen wir, wollten wir den Knicks machen. Du hattest vorhin darauf geantwortet, ob ich... Achso, die Frage ging an mich. Ja, darfst du? Bin ich in Discord? In irgendeinem Discord-Channel bin ich. Ich weiß gerade gar nicht in welchem. Boah, bei Maker glaube ich, oder? Der Maker selber hatte einen Discord-Channel oder das RPG-Atelier, glaube ich. und da bin ich, meine ich, drin war ich aber ewig nicht mehr online. Aber du darfst mich ändern. Ich muss da vielleicht dann auch mal öfter wieder reinschneien. Hast du mich da gefunden? Unter Iris Lord Warrior oder sowas? Ja. 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 Das macht Sinn. Äh. Die muss ich echt raussuchen. Kann ich gleich mal machen. Ähm. Ich meine, die Kommunikation, nein, wie heißt das? Die Redefreudigkeit lässt auch gerade etwas nach. Weil wir ja auch schon drei Stunden dran sind. Knappe drei Stunden. So. Ist das eigentlich okay? Wenn wir ganz witzig sind, können wir hier noch so einen Strich machen. Oh. Cool. Machen wir hier noch auch noch ein bisschen. Vorsprung hin. Wir können auch mal so einen kleineren machen. kleinerer hier. Mh. Kleinerer hier. Mh. So. Klein, klein. Und noch vielleicht einen ganz, ganz kleinen hier. Ja. Ja. Sieht auch okay aus. Ich gucke gleich für dich nach, wie meine Discord Benutzername da aussah. Mh. Vielleicht machen wir hier mal. Ja. Das ist okay. Das ist noch wilder. Perfekt. Das heißt, wir sind auch hier. Ah. Hier haben wir noch ein bisschen. Und ja. Da unten haben wir schon einen kleinen Vorsprung gemacht. Machen wir hier noch einen kleinen, weil das ja eigentlich auch die Rennstrecke ist. Kleinen so. Einmal so. Mh. Tatsächlich einen ganz kleinen. Hier einfach noch einmal runter. Und. Hier können wir ruhig den größeren machen. Weil wir hier ja. Quasi mit einem imaginären Rennen nie hinkämen. Mh. Mh. So. Und tatsächlich dann hab ich Lust dann hier auch noch einmal hoch zu gehen. Mh. Gucken, dass es nicht so ähnlich aussieht hier und dann sind wir soweit und jetzt sind wir noch mal ganz lustig und mal hier auch noch einen hin. Und das ist jetzt jedenfalls die Hauptschlucht hier, die Hauptschlucht von unten angegangen, die ein paar Abstufungen noch hat. Das selbe müssten wir eigentlich noch, hier kommen natürlich auch noch ein paar Felsstrukturen hin, hier oben und hier, so wie wir das hier auch schon gemacht haben. Wir können einmal hier noch die rechte Seite abgehen, was zusätzliche Plateaus angeht. Ah, mir fehlt auch noch ein bisschen was. So, und hier sind wir wieder ganz lustig. So einen da hin. Schön, schön, schön. Ich überlege gerade, ob wir noch lustiger sind. Aber ich glaube jetzt, naja, das sieht nicht aus. Und der da sieht auch nicht wirklich aus, oder? Oh, na, nee, ich finde das doch schon okay. Ich nutze wieder vor mich hin gerade, ne? Jetzt bin ich fokussiert, ja. Das ist richtig. Das ist ja eine gute Sache, dafür sind wir hier. Den machen wir noch. Und hier gehen wir hoch, und da, und da, und dann. So, ja, so können wir das lassen. Das ist schon fast ein Mini-Vorsprung, weil der ja schon die Größe 2 hat. Und der dann noch kleiner ist als der hier. Oh, da müssen wir uns keine Gedanken drum machen, weil das alles nach unten hin ausgeglichen wird. Oh, hier ist ein Zelt, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht in das Zelt reingehen. Aber hier können wir eine kleine Begrenzung machen. So eine kleine Sackgasse. Und dann hier, dann ist hier quasi noch so ein versteckter Weg, wo man hier noch irgendwo eine kleine Truhe abgreifen kann. Oh, der Absatz ist jetzt noch kleiner. Du hast recht. Boah, gut aufgepasst. Ja, pass auf, dann machen wir den hier weg. Dann ist das der kleinere. Was ich gerade aber überlege, ist, den tatsächlich hier einmal lang gehen zu lassen, als Mini-Absatz. Dass man dann hier, no, so rum, ja, an der Stelle tatsächlich diesen Mini-Absatz hat. Wo man dann, wenn man den hier rumgehen lässt, genau, folgt mir kurz meinem Gedankengang. Ich muss mal hier mir die Palette hinsetzen, aber im Grunde lohnt sich das nicht, weil ich eh nie lange an einer Stelle bleibe. So. Hier kann ja jetzt nicht so einer hin. Hier würden wir dann so lang gehen. Warum ich das gerade mache, seht ihr gleich. Weil dann können wir jetzt... Ich habe immer diesen Entdeckergeist von den Spielern im Kopf. Das heißt, wenn wir jetzt hier... Ich meine, es wird nicht unheimlich versteckt sein, aber wahrscheinlich kommt da noch irgendwie eine Palme oder ein Busch hin oder irgendwie sowas. Also wenn wir hier lang gehen und hier in dieses Zelt gehen, dass dann dieser kleine Weg, zu einer Truhe führt. So ein bisschen versteckt. Einfach nur so ein bisschen. Weil wenn man einfach hier lang geht... Ja, okay, wenn man in dieses Zelt geht, würde man den Schatz dann wahrscheinlich sehen. Aber wenn man hier in dieses Zelt geht, nicht. Und erst wenn man hier rüber geht. Ja. Soll auch kein Super-Sequel sein. Da soll jetzt nicht die beste Waffe des Spiels liegen oder so. Einfach nur ein kleines... Ein paar Milas-Münzchen oder so. Eine Schatzkarte hinzufügen. Gibt es? Gibt es? Ach ja, ist ja auch in der Demo drin, ne? Die Schatzsuche in einer ganz, ganz frühen Form. Das wurde ja alles durch die Gilden geändert. Obwohl, ne, die Schatzkarte war so ähnlich schon in der dritten Demo. Aber das wurde nochmal verbessert. Das System mit den Gilden. Gibt es ja ein ganzes Lock zu. Aber da sind auch die Schatzsuchen drin. Hier haben wir also den Mini-Absatz. Der hier ein bisschen lang führt. Das ist schön. Ich meine, man kann es jetzt wieder übertreiben, ne? Dass man den Absatz, upsala, hier noch bis an dieses Zelt führt. Und hier irgendwie eine Palme hinstellt. Und dann muss man hinter dieses Zelt, um hier lang zu gehen, um hier den Schatz zu bekommen. Finde ich gerade auch nicht schlecht, die Idee. Aber dann schränke ich mich hier mit dem Platz vielleicht ein bisschen ein. Man könnte ja hier auch andere Hindernisse hinmachen. Steine oder sowas. Und dann hat man denselben Effekt. Was ist hier eigentlich los? So lange habe ich das noch nie gezogen. So, dann. Natürlich nicht zweimal denselben Stein. Aber ihr wisst, was ich meine. Den Vorsprung hier lasse ich jedenfalls hier zu. Hier ist mir das zu eng für einen Vorsprung. Man könnte hier einen hinmachen. Kleinen. Auch wieder so ein ganz mini-mini. Ganz mini-mini Vorsprung. Guck mal, hier ist ein Mapping-Fehler. Da. Hier gehen wir hoch. Hier können wir später einen hinmachen. Das ist mir alles zu eng. Hier muss auf jeden Fall noch was hin, dass man nicht unbedingt da lang kann. Diese Teile bieten sich auch immer gut an, um Begrenzungen zu schaffen. Oder Wasser halt. Aber die sind noch leichter. Auch wenn ja immer das große Streitthema war, dass diese Dinger in manchen Spielen betretbar sind. Weil dieser kleine 10 cm Absatz. Dass man ja da einfach draufsteigen kann. Aber es geht ums Prinzip. Das ist einfach ein Hindernis. Da soll man nicht lang. Ich meine, man kann ja auch tatsächlich über jede Felswand hier irgendwie drüber klettern. Oder über jeden Baumstamm, der im Weg liegt. Die Logik der Begrenzungen bei Rollenspielen. Vor allem 2D. Ja, das ist mir alles zu eng, um hier noch irgendwas hinzumachen. Deswegen glaube ich, mache ich einfach hier noch eine... Ja, das ist aber auch... Das ist nett, dass du das okay findest, dass ich die als Grenze setze. In meinem Kopf sehen die so hindernismäßig aus. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass jemand das als Begeber definieren könnte. Ich meine, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat im Spiel, dann ist es ja okay. Und jetzt sind wir aber nochmal ganz verrückt und machen... So sieht das aus, oder sieht das aus, als würde da was fehlen? Ja, das sieht so aus, als würde da was fehlen. So sieht man das. Äh, nee. Hier machen wir auch nichts mit der Höhe kaputt, dass wir den jetzt auf diesen Absatz im Grunde setzen. Diesen Vorsprung, weil der Vorsprung eh für sich ist. Okay. Wir haben gerade genau die 3-Stunden-Marke überschritten und wir haben die Vorsprung-Felsen-Plateaus-Absätze in die nördliche Richtung. Alle fertig, zumindest für die Felsstrukturen, die schon da waren. Das heißt, die Karte nimmt so langsam Gestalt an. Beim nächsten Mal machen wir die Felsabschnitte in südliche Richtung. Und führen hier vielleicht noch ein paar Felsstrukturen hinzu. Und hier und da. Dass wir da eine wilde Struktur haben. Aber für heute sind wir erstmal durch. Ja. Und wir haben die Zelte gesetzt. Als kleine Abwechslung zwischendurch. Äh. Vielen Dank für die Gesellschaft. Dave, Kiyodai. Wer war noch da? Yellow Camel. Yellow Camel war am Anfang kurz da. Peter Siegert war da. Und Cheap Cheap. 2, 2, 0, 4. Discord wollt ihr noch? Sorry, sorry, sorry. Ja, ja. Discord machen wir mal. Ich, äh. Schau mal, schau mal, schau mal. Auf meine... Ich, ich vermute, es ist irgendwie Irresolut Warrior oder sowas. Der nächste Live-Vlog. Äh, gute Frage. Ähm. Könnte gut sein, dass Dienstagabend... Ich meine, ich werde das wahrscheinlich jetzt immer so machen. Wenn ich mich an Amerika ersetze, starte ich denn eine Live-Session. Äh. Wird dann mal mehr, weil weniger spannend. Aber... Ja, doch. Discord hier habe ich. Verify. Discord. 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 Ähm. Heute ist Sonntag. Morgen ist Montag. Danke, dass du das sagst. Die Nummer bei Discord. Ich... Also ich heiße auf jeden Fall Irresolut Warrior bei Discord. Ich logge mich am besten mal ein. Einen Moment. Discord öffnen. Ähm. Ja. Das ist mein Passwort sogar noch richtig. Äh. Was? Ne, war es doch nicht. Was? Okay. Äh. 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 Ich habe mein Passwort vergessen, natürlich. Einen Moment. Wir machen das jetzt noch schnell mit Discord. Ich habe schon ein Beboop bekommen bei Discord. Und noch ein Beboop. Und noch ein Beboop. Äh. Da, da, da. Einen Moment. Ich war ewig nicht mehr da drin. Ich muss mich erst mal zurechtfinden. Ich werde nicht, äh, jünger. Ich... Äh. User Settings. Ist das die Nummer, die hinter dem Benutzernamen kommt? Mit dem Hashtag? Doofe Frage, ne? Ihr redet mit einem alten Mann. Ah, okay. Genau. Das ist dann Hashtag 1717. Sind jetzt bestimmt, äh... Da kam irgendwas... Bidup. Wieso sehe ich nichts? Ich brauche beides. Irresalut Warrior. Zusammen geschrieben. Großes I. Großes W. Ich weiß nicht, ob das, äh... Wichtig ist bei Discord. Und dann Hashtag 1717. Oder legt ihr mich gerade rein und damit könnt ihr meinen Account hacken oder so. Dann ist das so. Ähm. Aha. Hier kommt eine Meldung. Kiyodai. Ja. Nehme ich an. Ja, genau. Genau so sieht das aus. Dave. Der Kiyodai hat mich gerade auch schon erfolgreich adden können. Und da ich seinen Namen und seinen Hashtag auch sehe, kann ich beruhigt sein, dass das keine Geheiminformationen sind. Das heißt nicht, dass ich euch mir so traue. Oh, Gottes Willen. Aber ich war halt ewig nicht mehr in diesem Discord. Ja. Und deswegen kenne ich mich da gar nicht aus. Okay, cool. Haben wir das auch noch gemacht? Und jeder im Stream. Es sind gerade noch vier Zuschauer da. Ich kann mich natürlich jetzt gerade auch adden. Bei Discord. Aber wie gesagt, ich bin da aktuell nicht so... Häufig. Vielleicht ändert sich das aber. Wer weiß. Ich darf mich nochmal bedanken. Bei allen. Ich habe sie gerade schon genannt. Und allen anonymen Zuschauern, die vielleicht auch noch da sind. Wir wurden ab und zu mehr angezeigt, als im Chat drin waren. Oh, da kommt eine Nachricht. Oder sowas. Bei Discord. Nee. Und wir sehen uns die Tage. Also vielleicht Dienstagabend. Einfach Augen offen halten. So. Schon jeden Tag nur schreiten. Tue ich nicht so viel. Okay. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. In ganz alter Manier. Bye, bye.